Heute habe ich wieder einen bunten Mix aus Spielen mitgebracht, alt und neu und es waren ein paar richtig geile Spiele dabei. Auf geht's! Wir haben mal wieder die Paladine des Westfrankenreichs gespielt. Das ist der zweite Teil der Westfrankenreichs Saga von Shem Phillips. Und ich hatte vor einiger Zeit, schon wirklich sehr lange her, tatsächlich mal ein Video gemacht, in dem ich die drei Teile, nämlich die Architekten, die Paladine und die Burggrafen des Westfrankenreichs gegenüber stelle und ja, ein bisschen erkläre, welches Spiel, welche Eigenschaften hat, für wen, welches Spiel vielleicht eher geeignet ist. Und das verlinke ich euch auch ganz gerne nochmal. Hier oben ist aber schon ein bisschen älter, wie gesagt. Und ich war so ein bisschen zwiegespalten, als wir es auf den Tisch gebracht haben, ob mir das denn jetzt Spaß macht, ob ich das jetzt nochmal spielen möchte. Und ich muss sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Es hat richtig viel Spaß gemacht, so dass wir tatsächlich direkt zwei Partien hintereinander gespielt haben. Und das ist ja nun kein leichtes, seichtes Game, sondern es ist schon ein anspruchsvolles Kennerspiel, muss man sagen, ein anspruchsvolles Worker-Placement-Spiel. Was machen wir bei den Paladines Westfrankenreichs? Wir versuchen, mit unterschiedlich farbigen Workern unsere Aktionen auf unserem Board möglichst so effektiv zu nutzen, dass wir natürlich dann die meisten Siegpunkte erlangen. Und es ist so, dass es unterschiedlich farbige Worker gibt, also blaue, rote, grüne Worker etc. Und mit diesen einzelnen Workern können wir verschiedene Worker-Placement-Felder belegen. Meist ist es so, dass ein Worker-Placement-Feld daraus besteht, dass man einen bestimmt farbigen Worker hinlegen muss und dann noch einen beliebig farbigen Worker. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, seine Worker, die man am Anfang der Runde durch so eine Karte draftet, möglichst so effektiv einzusetzen und so schlau einzusetzen, dass man seine Worker-Placement-Felder im Laufe des Spiels gut verbessert, dass man sich verschiedene Karten holt. Also man kann so Angriffe ausführen, man kann solche Bürger rekrutieren, man kann an der Mauer bauen oben, da legt man so Karten hin, man kann sich so Zielkarten holen. Und dann geht es darum, irgendwie dieses Ping-Pong zwischen diesen einzelnen Farben gut hinzukriegen. Denn es ist so, wenn ich ein Worker-Placement-Feld oder eine Aktion mache, bei dem ich rote Worker brauche, dann bekomme ich ein schwarzes Gebäude, was ich wiederum, oder nicht nur ein Gebäude, aber dann bekomme ich zum Beispiel auch auf meiner Segensleiste Schritte in einer anderen Farbe. Und diese Segensleiste in den drei unterschiedlichen Farben, die benötige ich als Voraussetzung, um bestimmte Aktionen in anderen Farben wieder durchzuführen. Das heißt, ich muss mich immer so ein bisschen in der einen Farbe hocharbeiten, dann kann ich da eine Aktion machen und kann mich wieder in der anderen Farbe hocharbeiten. Und dann ist das so ein kleines Hin- und Herspiel. Und es gibt quasi immer zwei Möglichkeiten pro Farbe, sich zu spezialisieren. Also ich kann entweder oben irgendwie die Mauer stark ausbauen oder ich kann eine andere Aktion machen mit so Gebäuden. Und damit kann ich dann entweder rot oder grün oder blau auf der Segensleiste dann hochbauen. Ich glaube, es waren die Farben. Nagelt mich nicht darauf fest. Ist jetzt schon tatsächlich ein paar Wochen her. Aber ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich finde es ein sehr, sehr cleanes Worker-Placement-Spiel, weil man wirklich, ja, es ist sehr darauf beschränkt, halt diese unterschiedlich farbigen Worker richtig schlau und effektiv einzusetzen, ohne viel drumherum. Es gibt dann natürlich noch so ein paar Sachen. Es gibt noch so eine Steuer, die man immer einheimen kann. Also es hat auch ein bisschen mehr. Es hat noch ein bisschen mehr Tiefe durch ein paar Nebenschauplätze, sag ich mal. Aber es ist nicht zu kompliziert. Es ist relativ einfach gehalten. Und ja, es spielt sich zu zweit extrem gut, weil man kaum Interaktion hat. Also es gibt natürlich so Karten, die man sich wegnehmen kann. Es gibt in der Mitte noch so ein paar Boni-Plätze, die man sich wegnehmen kann. Aber ansonsten ist das so ein Spiel, das ist, also, ja, es gibt so eine kleine Mehrheitenwertung bei so, bei solchen, ähm, bei solchen Karten. Aber bei so Diebeskarten. Aber sonst ist das wirklich sehr solitär, muss man sagen. Und deswegen spielt es sich einfach zu zweit auch extrem gut. Ich würde es zu dritt auch noch ganz gerne spielen. Aber ich glaube, zu viert, es macht halt überhaupt keinen Sinn, weil die Downton dann einfach nur noch ansteigt. Und man eigentlich nicht mehr Interaktionen hat, weil es halt keinen wirklichen großen Mehrheitenmechanismus drin oder andere Mechanismen, die mit Mehrspielern einfach besser sind. Deswegen, ja, sehr schönes Spiel zu zweit, muss ich sagen. Dann haben wir eine Neuheit von Devir gespielt, nämlich Salton Sea. Salton Sea, das ist ein See irgendwo in den USA, ich glaube an der mexikanischen Grenze. Und dieser See ist wohl so salzig oder hat so einen salzigen Untergrund. So ganz genau habe ich es nicht verstanden, dass man aber geothermische Energie erzeugen kann. Und darum geht es auch dann bei dem Spiel Salton Sea. Das Witzige ist bei dem Spiel, wir haben so eine Mischung aus Worker Placement und, ja, was ist das? Action Selection. Es ist nämlich so, dass wir, ja, ein kleines Board haben, auf dem wir ein paar Worker haben. Die können wir dann einsetzen, um zum Beispiel neue Technologien zu kaufen, um Ressourcen abzubauen, um verschiedene Dinge zu tun, die wir brauchen, um, ja, diese geothermische Energie herzustellen. Und dann haben wir noch Aktionskarten. Und diese Aktionskarten sind gleichzeitig auch eine Währung, also Dollar. Und nun können wir überlegen, ob wir eine Aktionskarte, von denen kann man sich im Laufe des Spiels auch noch weitere holen, weitere kaufen durch verschiedene Aktionen. Die gibt es immer an unterschiedlichen Wertigkeiten, dann auch in unterschiedlich, ja, in unterschiedlich mächtigen Aktionen, sag ich mal. Und dann müssen wir uns immer entscheiden, wollen wir eine Karte ausspielen neben unser Board, dann können wir sie als Aktion quasi ausspielen, wir können die Aktion darauf machen. Oder benutzen wir eine Karte, um etwas zu bezahlen. Dann ist es natürlich so, ne, die wertvollen Karten, die einfach eine hohe Währung drauf haben, also so 5-Dollar-Karten, die haben einfach sehr starke Aktionen, aber, ja, wenn wir sie als Aktion benutzen, zahlen wir oder wir leihen uns dann quasi diese 5 Dollar, weil wir die dann nicht zur Verfügung haben. Denn, ja, wir bekommen die erst in der nächsten Runde wieder, das heißt, alle Aktionskarten kriegen wir auch wieder zurück. Wir verlieren also das Geld nicht, sondern wir haben es dann einfach nur in der Runde nicht zur Verfügung, in dem Moment, wo wir die Aktionskarten spielen. Und wir müssen wirklich oft dann auch Aktionskarten abwerfen als, ja, Bezahlung, weil wir ja Dinge bezahlen müssen an dem Spiel, um uns vielleicht Ressourcen zu holen, um uns neue Gerätschaften zu holen, um unsere Gerätschaften zu haben, es gibt noch so einen Bohrer, den man dann reparieren muss. Ja, sehr interessantes Spiel, muss man sagen, ist aber auch ein sehr tightes Spiel. Wir haben es auch nur einmal gespielt, ist jetzt auch schon ein bisschen her und ich hatte immer so während des Spiels das Gefühl, dass wir es extremst schlecht gespielt haben. Also wir haben es zu dritt gespielt und wir waren, es gibt ja noch so Ansehensleisten in so verschiedenen Kategorien, drei Stück und die gingen relativ weit nach oben und wir waren halt auf keiner von diesen Leisten sehr weit oben. Also es war wirklich, wir haben so die ersten zwei Schritte und später kriegte man noch coole Bonis, das haben wir alles überhaupt nicht erreicht. Und das liegt so ein bisschen daran, dass man die Pace bei dem Spiel wirklich sehr gut selbst bestimmen kann. Wir haben dann tatsächlich, sind darauf gegangen, wirklich sehr schnell Technologien zu machen, sehr schnell unseren Bohrer in die Erde zu rammen und dort Sachen rauszuholen. Und wir haben uns wenig so aufgebaut. Wir haben tatsächlich dann wenig darauf gespielt, wirklich viel Energie herzustellen, uns irgendwie eine Engine aufzubauen, sondern wir haben es dann tatsächlich ziemlich gerusht, indem wir alle drei diese Bohrkarten viel gekauft haben und tatsächlich triggern die einfach das Ende des Spiels. Und dann war es so, okay, ja, das Spiel schon vorbei, ja, wir haben irgendwie noch gar nichts geschafft. Wir haben noch jetzt irgendwie, jetzt könnte es losgehen, so ungefähr. War ein bisschen seltsam, ich würde es aber gerne nochmal spielen. Ist auf jeden Fall noch auf meinem Zettel. Ich freue mich, oder ich hoffe, dass es dann auch in Essen verfügbar sein wird. Es ist ja Devir, das heißt, ich gehe davon aus, dass es auf Englisch da sein wird. Es ist ja schon draußen und ich bin gespannt, ob es dann auch auf Deutsch kommt irgendwann. Ich weiß nicht, normalerweise übernimmt Kosmos die Devir-Spiele. Ja, es ist auch wieder in dieser Standardpackung, wie man das kennt, von die Rote Kathedrale und so. Keine Ahnung, ich habe noch nichts gehört, falls ihr was wisst. Sagt gerne mal Bescheid, dann hole ich mir das nämlich auch auf jeden Fall nochmal auf Deutsch. Ich habe es jetzt einfach nur mitgespielt. Ja, sehr interessantes Game. Aber ich bin tatsächlich noch nicht so super sicher, wie cool ich das finde. Es hat auf jeden Fall interessante Mechaniken, die ich auch gerne nochmal in anderen Spielen sehen wollen würde. Hat mich aber tatsächlich nicht so krass abgeholt insgesamt. Dann haben wir das eine oder andere Mal mal wieder ein kleines Zweispielerspiel gespielt, was immer mal wieder Spaß macht und wovon ich euch berichten möchte, nämlich Splendor Duell. Oder Duell. Splendor Duell ist ein wirklich sehr simples Game, muss man sagen. Wir haben in der Mitte ein Feld, auf dem Edelstein-Chips liegen und Perlen-Chips und Gold-Chips. Alle, ja, unterschiedlich wertvoll, sage ich mal. Also die Gold-Chips sind natürlich als Joker am wertvollsten. Und dann haben wir eine Kartenauslage mit drei Stufen von Karten oder drei, ja, drei Stufen von Karten. Einser-, Zweier- und Dreierkarten. Und auf diesen Karten sind zum einen einmal Ressourcen, die man ausgeben muss, um diese Karte zu bauen, bei sich in die Auslage. Und sie bringen dann einfach Ressourcen. Das heißt, es kann sein, dass die Karte irgendwie einen blauen Edelstein und einen roten Edelstein kostet. Und wenn ich sie dann gebaut habe, habe ich permanent einen grünen Edelstein in meiner Auslage, den ich dann immer wieder benutzen kann. Und nun ist es so, wir können entweder uns von diesen Perlen-Chips oder von diesen Edelstein-Chips, welche aus der Mitte nehmen, immer drei Stück in einer Linie. Oder wir können halt Karten uns reservieren, um die auf die Hand zu nehmen. Dann kriegen wir nur so einen Gold-Chip aus der Mitte. Oder wir können Karten, die wir auf der Hand haben oder die in der Auslage sind, bauen, um dann, ja, unsere Auslage zu vergrößern, um dann quasi permanente Ressourcen zu generieren. Und das machen wir dann immer Ressourcen rein, reihen wir die dann so auf. Und dann geht es darum, wer als erstes irgendwie 20 Punkte in Summe hat von diesen Karten oder eine bestimmte Anzahl von Kronen, die da noch so drauf sind. Oder in einer bestimmten Reihe 10 Punkte. Ja, und wer dann quasi eins von diesen Siegbedingungen als erster erreicht hat, der hat das Spiel gewonnen. Wirklich sehr schön fluffiges Game. Ich habe das große Splendor nie gespielt und will es auch eigentlich nicht, weil ich das Splendor-Duell wirklich sehr gut finde und ich will mir das eigentlich nicht kaputt machen. Ja, kann ich nur empfehlen. Also ein schönes Spiel für den Urlaub. Es ist einfach eine kleine Packung. Diese Chips kannst du auch, das kann man theoretisch auch alles in so einen kleinen Beutel tun. Passt dann ein bisschen besser am Koffer. Alles toll, muss man sagen. Eines meiner Lieblings-Zwei-Spieler-Spieler. Nach langer Zeit haben wir dann auch mal wieder Just One gespielt. Just One hat ja vor einigen Jahren wirklich sehr viel Hype erzeugt. Es wurde nominiert zum Spiel des Jahres oder es ist sogar Spiel des Jahres geworden. Ein sehr schönes Wortspiel, bei dem es darum geht, dass wir einen Begriff erklären müssen, indem wir Begriffe aufschreiben. Also einer hat einen Begriff, den zeigt er den anderen, er kennt ihn selber nicht und alle anderen haben so eine kleine Tafel, auf dem sie jetzt nun einen Begriff aufschreiben müssen, der diesen Begriff, den es zu erklären gilt, am besten beschreibt. Die Schwierigkeit jetzt ist aber, dass kein Begriff doppelt vorkommen darf. Das heißt, jeder schreibt für sich irgendwie einen Begriff auf. Sagen wir mal, man möchte den Begriff Besen erklären und dann schreibt man irgendwie, keine Ahnung, Staub auf oder Schmutz oder sowas. Das Problem ist, ja, wenn zwei Leute den gleichen Begriff aufgeschrieben haben, und das sehen sie ja nicht, während sie das schreiben, dann fällt dieser Begriff raus. Das heißt, man darf nur mit einem uniken Begriff quasi dieses, oder mit mehreren uniken Begriffen dieses Wort beschreiben. Und dann geht es einfach darum, wenn dann alle quasi geguckt haben, ob irgendwas doppelt ist, dann alles aussortiert wurde, dann wird geraten und dann versucht man natürlich kooperativ möglichst viele Begriffe irgendwie gut zu erraten. Ja, spielt das natürlich irgendwie nicht um Punkte, man spielt das irgendwie just for fun, mal so als Absacker in einer großen Runde. Es macht immer wieder Spaß. Wir haben es auf meinem Junggesellenabend tatsächlich gespielt. Da haben wir uns im Wochenende einschließen dürfen. Das war ziemlich cool. Und ja, hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Just One habe ich schon wirklich länger nicht mehr gespielt. Komm, man kommt irgendwie auch nicht dazu. Es sind oftmals gar nicht so große Gruppen, aber da war das dann so, dass wir es spielen konnten. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also wer so leichte Wortspiele für die Familie sucht oder ja, für mal für einen Weihnachtsabend ist zwar noch ein bisschen hin, ist wirklich richtig gut geeignet und es altert auch einfach unglaublich gut, muss man sagen, das Spiel. Es hat jetzt schon das ein oder andere Jahr auf dem Buckel, aber es fühlt sich irgendwie an, als ob das gestern rausgekommen wäre, muss ich sagen. Und was wir auch mal wieder gespielt haben, ist Fantastische Reiche, Fantasy Realms. Das hatte ich ein bisschen über das Spiel. Also als es neu war, muss ich sagen, habe ich es ja auch ohne Unterlass gespielt. Und dann kam irgendwann die Erweiterung und die hat es mir irgendwie malig gemacht. Ich weiß auch nicht so genau. Bei Fantasy Realms geht es darum, dass wir aus einer Anzahl von Karten, die wir dann auf der Hand haben, eine möglichst gute Kombination finden müssen, die dann viele Punkte bringt. Wir haben unterschiedliche Kartenarten auf der Hand, die im Grunde genommen Kartenfarben. Also es gibt so Wetterkarten, die sind blau. Es gibt Kreaturenkarten, die sind irgendwie grün. Es gibt so, was sind das, so Schiffe, die sind irgendwie schwarz. Also da gibt es ganz, ganz viele, oder sind grau, Armeen sind, glaube ich, schwarz. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Farben. Und diese Karten dann haben dann jeweils eine, also jede Karte gibt es auch nur einmal. Die haben dann eine Beschreibung. Also zum Beispiel, dann ist da der Prinz und der kann irgendwas. Oder es gibt so und so viele Punkte. Und meistens haben diese Karten dann aber noch Bedingungen, die sich auf andere Karten beziehen. Dann ist da zum Beispiel irgendwie das Feuer. Und das Feuer, das gibt 100 Punkte, ist jetzt ausgedacht. Aber es gibt halt nur 100 Punkte, wenn man kein Wetter auf der Hand hat oder kein Regen auf der Hand hat. Das heißt, wenn man Regen auf der Hand hat oder das Feuer, ja, dann bringt einem das Feuer halt gar nichts, weil der Regen blockiert das Feuer. Und so geben dann, ja, gibt es verschiedene Kombinationen, die einfach besonders gut sind. Es gibt auch also eine Master-Kombination, die irgendwie unendlich viele Punkte bringt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass man die bekommt. Und dann versucht man, ja, aus seinen Startkarten sich andere Karten in sein Deck oder auf seine Hand zu mischen, um dann am Ende die meisten Punkte zu haben. Es funktioniert dann einfach so, immer wenn man dran ist, kann man eine Karte von einem Stapel ziehen und dann wieder eine Karte in die Auslage spielen, um die Auslage zu vergrößern oder man nimmt sich direkt eine Karte aus der Auslage und spielt wieder eine Karte von seiner Hand. Das heißt, man hat auch immer gleich viele Karten auf der Hand und es geht einfach nur darum, möglichst gut durchzutauschen, ein bisschen Glück zu haben, die beste Kombination so zu finden, ja, ein bisschen auch die Wahrscheinlichkeit natürlich einzuschätzen. Ich meine, wenn man irgendwie weiß, welche Kombinationen geil sind, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man die alle bekommt, weil man irgendwie gesehen hat, der andere hat schon irgendwas davon genommen, dann kann man sich ja denken, dass das nicht so schlau ist. Ja, mega cooles Game. Ich kann die Erweiterung, wie gesagt, nicht empfehlen. Ich würde es immer Plain spielen. Es gibt ja mittlerweile auch ein paar ganz coole Versionen davon. Ich glaube, es gibt so ein Marvel-Ding. Wenn man Marvel-Fan ist, kann man das auch in der Variante spielen. Und es gibt, glaube ich, noch eine dritte Version. Bin mir aber nicht ganz sicher. Habe ich, glaube ich, auch nicht gespielt. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit Fantastische Reiche. Und jetzt, wo ich gemerkt habe, dass es mir auch wieder Spaß macht, wird es vielleicht auch mal das eine oder andere, ja, das eine oder andere Mal jetzt öfter auf den Tisch kommen. Dann habe ich mal wieder Locana gespielt, Disney, Locana. Und zwar habe ich Solo gespielt, muss man sagen. Das kommt bei mir tatsächlich selten vor, dass ich mal was Solo spiele. Aber mir wurden hier die Illuminari-Chroniken, seht ihr auch hinten in meinem Schrankwand, einmal zugeschickt von Ravensburger. Vielen Dank dafür. Und ich habe es mir da mal angeguckt und muss sagen, ja, kann man machen. Also es ist gar nicht so schlecht. Es ist tatsächlich, glaube ich, gerade für die Leute geeignet, die jetzt nicht so einen TCG-Partner haben, mit dem sie das die ganze Zeit spielen können oder die auch nicht irgendwie auf Turniere laufen, sondern die so ein bisschen casual einfach ein bisschen ein cooles Disney-Kartenspiel spielen wollen. Halt, ja, tatsächlich ist das sogar ein bisschen für mich geeignet, denn ich bin absolut nicht tief drin in TCGs, habe auch gar keine Zeit dafür, aber mir macht es Spaß, dann doch mal das eine oder andere Deck zu spielen und dann kann ich es einfach losspielen, indem ich gegen den Automa spiele. Das Ganze kommt natürlich auch irgendwie wieder mit einem neuen Set daher, dieses Ursula-Set, was wieder neue Karten bringt natürlich und neue Orte und, und, und. Also es wird neue Mechaniken geben, es ist ja auch schon wieder ein neues Set angekündigt, jetzt für Herbst und dann funktioniert das so, man hat so eine, ja, so eine Spielmatte im Grunde genommen, wo man auch noch die Legenden tracken kann von sich selbst und von dem Automa und dann gibt es so eine Karte, die man da oben hinlegt, quasi den Feind, gegen den man dann kämpft, da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen und dann wählt man sich eine aus und schaut halt, dass der Gegner nicht zuerst eine bestimmte Anzahl von Legenden bekommt oder dass man selber möglichst eine bestimmte Anzahl von Legenden bekommt, um dann zu gewinnen und es fühlt sich so an, als ob man tatsächlich gegen einen NPC spielt, also gegen einen Computer. Ein bisschen wie so ein Mensch, der nicht besonders gut nachdenkt. Die Decks sind natürlich vorgefertigt, also das Automa-Deck, das hat auch eine andere Rückseite. Ich dachte auch am Anfang so, okay, wenn ich jetzt die Karten aus Versehen vermische, wie stelle ich das dann zusammen? Aber nein, die haben so eine helle Rückseite, das geht einigermaßen klar und dann gibt es ja so verschiedene Regeln. Also es gibt so ein paar Sachen, die der Automa da nicht macht, es gibt so ein paar Sachen auf den Karten, die natürlich auf den Automa dann auch zugeschnitten sind, sodass man das wirklich sehr gut solo spielen kann. Ich bin jetzt nicht der TCG-Freak, ich gucke mir das ganz gerne mal an, ich sammle das aber auch nicht so krass und gucke mir jede einzelne Karte hundertfach an. Ich finde das sehr schön anzusehen, auch die Zeichnungen sind wieder toll, muss man sagen, auch auf den neuen Karten. Es gibt ja auch wieder neue Karten, neue Orte, auch neue Mechaniken und ich glaube also, dieser Solo-Modus ist gerade so Leute für mich gemacht, die jetzt keinen Partner haben, der irgendwie viel TCG spielt oder der gerne TCG spielt. Ich bin auch nicht jederjenige, der irgendwie auf Turniere rennt. Ich baue auch ungerne stundenlang irgendwelche Decks und probiere sie dann gegen meine Gegner aus und ja, ich finde das cool. Hier kann man auch ganz gut mit einem Starter-Deck dann antreten oder mit einem ja sehr leicht gebauten Deck und kann so ein bisschen gegen den Automa dann mal ausprobieren, wie es so läuft. Das gefällt mir wirklich sehr gut, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Dann habe ich nochmal Luminos gespielt. Luminos hatte ich schon mal drüber berichtet im Gespielt-Video und ja, wir hatten es falsch gespielt. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hatte ja nicht so ganz gut drüber geredet über Luminos und ich muss es jetzt so leicht revidieren, aber nicht vollkommen und nicht komplett, weil ich finde es immer noch nicht so toll, muss man sagen. Was wir falsch, also worum geht es bei Luminos? Bei Luminos geht es darum, dass wir kleine Plättchen aus einem Beutel ziehen, die dann in die Auslage legen und dann kann man sich den nehmen und bei sich anbauen. Und dann geht es darum, solche Quadrate zu erstellen, immer quasi aus vier Plättchen bestehend und sobald man das gemacht hat, zählt man die Symbole auf diesen Plättchen und trägt dann ja die Anzahl der Symbole von dem Symbol ein, von dem man die wenigsten hat. Und wir hatten es in dem Fall so falsch gespielt, dass wir bei Gleichstand immer nur ein Symbol eingetragen haben, beziehungsweise es geht glaube ich um das, es geht auch nicht um das Minimum, es geht um das Maximum der Symbole. Nee, es geht um das Minimum. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall kann man zwei Symbole gleichzeitig werden und das macht natürlich einen sehr großen Unterschied, weil wir dann immer dachten, hä, okay, man nimmt ja auch immer das Plättchen, was irgendwie die meisten Dinger hat und dann legt man das an und die anderen sind ja viel schlechter. Ja, aber das ist natürlich nicht der Fall, wenn man ja mehrere Symbole gleichzeitig werten kann und möglichst, ja, ein ausbalanciertes Bild dieser Symbole Sonne, Mond und Sterne quasi auf, auf seinem, auf seiner Auslage haben möchte. Ja, naja, ähm, und dann war da noch irgendwas mit diesen Wertungstokens. Ja, ich bin einfach tatsächlich das erste Mal einfach viel zu schnell über diese Anleitung rüber geflogen und wir haben es gespielt und es hat keinen Spaß gemacht. Jetzt mit dieser Berichtigung haben wir es nochmal gespielt und es hat leider auch immer noch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist irgendwie zu, es ist irgendwie zu, zu, zu Vanilla, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, irgendwas fehlt. Es ist so ein bisschen wie, ah, das könnte ein geiler Ansatz für ein Spiel sein und dann möchte man dieses Spiel spielen, aber nein, man hat nur diesen Ansatz, den man spielen kann. Weiß ich nicht. Hat mir trotzdem nicht so gut gefallen, aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen. Schaut es euch nochmal an. Also es ist nicht so schlecht, wie ich es in der letzten Gespielt-Folge, wo ich das besprochen habe, ähm, ja, wie ich darüber berichtet habe, aber es ist auch, ich fand es immer noch nicht so mega, muss ich sagen. Schade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ja gerne einen Daumen nach oben und lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mich hier unterstützen wollt, auf meinem YouTube-Kanal, hier mit meinem YouTube-Kanal. Ich möchte natürlich gerne weiter wachsen und ich brauche euch dafür. Ohne euch geht es nicht. Und, ja, dann habe ich natürlich, äh, noch ein Video für euch. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch noch gerne eins von diesen beiden Videos hier. Hier oben verlinke ich euch mal die Marvel Dice Throne Review, die ganz sehr kurzfazit und abläufe, und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant. Schaut einfach mal rum, stöbert auf meinem Kanal und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.